Hallo und herzlich willkommen zu meiner Lieblingsmission in Let's Play Space Station Silicon Valley namens Pinball Blizzard. Uhu, wir spielen wieder mal mit Pinguinen. Wir können außerdem schon ins Dschungelgebiet weitergehen, aber da kommen wir später zu, wenn wir das Eisgebiet abgeschlossen haben. Irgendwas blockiert mein Signal zum Teleporter. Hier ist mein Plan. Wir laufen rüber in den Wald und fangen uns ein paar Pokémon. Äh, blockiere die Blockade mit unserem Lied, damit ich das Signal durchkriege. Sammle die silberne Noten und spiele unser Lied auf dem Keyboard. Ja, das wird interessant. Erstmal spielen wir mal wieder den Schneehund oder den Raketen-Husky auf Skiern, wie auch immer man dieses Tier genau nennen will. Und wir können BAM! Mit einem gezielten Schuss die Musik ein bisschen leiser machen. Ja, dann schnappen wir uns hier vorne mal eben die violette Energiezelle und sehen, da vorne ist auch schon die erste silberne Note. Aber wir können mit dem Husky dann nicht dran. Also gucken, dass wir nicht runterfallen. Ich schieße extra ein paar Raketen, damit wir nicht zu weit nach vorne fahren. Wunderbar. Die Raketen geben uns da zum Glück Rückstoß dagegen. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir mein zweites Lieblingstier finden. Mein erstes war, wie gesagt, der Helihase. Und mein zweites sollte sich hier vorne mehr oder weniger um die Ecke befinden. Jawohl, da ist er. Samt Armee. Der Pinguinkönig. So, hier werden wir wieder das gleiche machen, wie bei den Rattenarmeen auch. Wir gehen einfach auf Reichweite und schießen mit Raketen so drauf, dass alle gleichzeitig sterben werden. Äh, deaktiviert werden. BAM! Haha! Da haben wir noch ein paar überlebt, ja. Zwei leben noch und der König. Dann gehen wir mal in einen der Pinguine rein. Und dann können wir auch einfach mit dem Pinguin in den Nahkampf gehen. BAM! Interessanterweise sagt seine Armee überhaupt nichts dagegen, wenn einer seiner Pinguine den König angreift. Außer er macht seine Trompete an, was er jetzt gerade gemacht hat. So, komm her, König. Komm her. Ach, ich ziele heute aber wieder genialstens. Komm her, König. Da 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 da. Vielleicht sehen wir noch andere neue Gegner. Komm schon. Der König kann sich zum Glück nicht wehren. Theoretisch könnte er es zwar, aber macht es nicht. Der Computer ist da zum Glück nicht clever genug für. So, jetzt haben wir ihn in der Ecke. Haha! Jetzt wird er von seinen Pinguin-Kollegen erledigt. Und hier haben wir ihn. Ah, ich liebe dieses Tier. Typ Königs-Pinguin. Umgebung Eis. Fähigkeit A. Temposprung. Fähigkeit B. Pinguinarmee. Wasserresistenz. Exzellenz. Masse leicht. Panzerung leicht. Stärke Mittel. Zugkraft gut. Fallhöhe Mittel. Produktion kurz. Antrieb Düse. Intelligenz hoch. Ja, denn dieser Königs-Pinguin hat in der Tat eine Düse unterm Hintern. Das ist eine sehr witzige Fähigkeit. Und die Pinguin-Armee funktioniert sogar bei dem Pinguin-König. Wunderbar. Im Gegensatz zu den Ratten. Wenn wir unseren Pinguin hier den Befehl zum Angreifen geben, dann greifen sie auch an. Und wir sehen, hier sind ein paar Polarbären, aber die mit unserer Pinguin-Armee zu erledigen kann eine halbe Ewigkeit dauern. Und wenn die Viecher hier erstmal anfangen sich zu wehren, dann würden unsere Pinguin wahrscheinlich sehr schnell drauf gehen. Autsch. Außerdem sind sie Teamkeller, wenn wir davor stehen. Ja, mit dem Pinguins-König können wir an denen keinen Schaden machen, an den Polarbären, denn seine einzige Fähigkeit, um Schaden zu machen, ist das Springen und auf den Gegnern landen. Wenn die Gegner denn leicht sind, können wir damit tatsächlich Gegner erledigen. Äh, ja, wenn die Gegner allerdings so schwer sind wie die Polarbären hier, dann nicht. Ja, wenn wir das ja noch lange machen können, dann können wir den in der Zeit erledigen, ohne irgendwas dafür zu tun, auch wenn es eine halbe Ewigkeit hier dauert. Mein Gott, die zielen ja gar nicht mehr richtig. Und jetzt haben sie sich geteamkilled. Wunderbar. Ähm, ja, normalerweise meine ich eigentlich, müsste der Polarbär hier anfangen sich zu wehren. Ja, genau so, genau so. Und dann sollten die CPU-gesteuerten Pinguine eigentlich nicht übermäßig lange überleben, weil sie sich von den Schockwellen erwischen lassen, die die Viecher hier erzeugen. Allerdings ist es eigentlich kein Problem zu springen und so der Schockwelle komplett auszuweichen, wie man sieht. Und diese, oh, oh, ja, 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 und so sterben die CPUs. Wenn man sich allerdings von ihm genau auf den Kopf springen lässt, dann hat man sehr schnell ein großes Problem. Und irgendwie ist er gerade in den Schneeball da vorne reingeraten. So, hier haben wir jetzt einen Polarbär, huh, im Gegensatz zum Polarpanzer. Umgebung Eis, Fähigkeit A, Sprungwelle, Fähigkeit B, Verstecken, Wasserresistenz exzellent, Masse groß, Panzerung mittel, Stärke stark. Zugkraft dummen Fallhöhemittel, Produktion sehr lang, Antrieb Fusion, Intelligenz sehr gering, wie man gerade gesehen hat. Ja, mit einem anderen Polarbär ist es auch möglich, andere Polarbär zu erledigen, wenn man es denn auf sie drauf schafft mit den, genau, Stampfattacken. Komm, geh in deinen Ball rein oder sowas. Ich will dich erledigen, du komischer Polarbär hier. Ja, eigentlich ist es, glaube ich, das Einfachste, ihn auch mit einem Pinguin zu erledigen oder im besten Fall noch mit unserem Schlittenhund. Ich glaube aber, es ist möglich, es sollte zumindest möglich sein, dass unser gegnerischer Polarbär hier sich, ah, ja, genau, in seinen Ball zurückzieht. Wunderschön, wunderschön. Das ist die beste Methode überhaupt, die anderen Polarbären zu erledigen. Wenn man einmal auf sie draufgesprungen ist, dann bemerken einen die Polarbären einfach nicht mehr und ziehen sich in ihr Versteck zurück. Das macht sie allerdings nicht unbesiegbar. Das heißt, wir können jetzt lustig auf ihm draufbouncen, bis er endlich mal irgendwann umfällt. Bounce, bounce, es dauert eine Weile, bounce, aber er wird bounce eventuell durch unsere Stampfattacken, ohne dass er sich auch nur versucht zu wehren, umfallen. Komm schon, verdammter Polarbär, du nimmst zu wenig Schaden. Jawohl, und jetzt haben wir zwei Polarbären aufeinander, wunderschön. Jetzt können wir auch den einen Polarbär mit dem anderen Polarbär transportieren, weil er da so schön oben drauf liegt. Ja, da vorne ist noch ein letzter, dritter Polarbär, uhu, werden wir den auch noch erledigen, komm schon. Vielleicht können wir einen Stapel aus drei Polarbären machen. Manchmal funktioniert es, aber meistens funktioniert es nicht. Komm schon, zieh dich in deinen Ball zurück, wir wollen... Ach, schade, jetzt haben wir den anderen verloren. Ja, komm schon, zieh dich in dein Bällchen zurück, wobei, eigentlich können wir den noch ignorieren. Ja, eigentlich sind die Polarbären hier für nichts gut, wir brauchen nur einen von denen. Also es ist schon zu was gut, aber es ist zu nichts gut, alle drei zu erledigen. Und wir wollten auf den... Tja, verdammt nochmal. Wir wollten eigentlich auf dieses komische Ding da vorne drauf, aber gut. Gut, wir haben ihn jetzt nicht erwischt. Komm zurück, lieber komischer Lift. Ja, es sieht zwar mehr wie so eine Art Lift aus, allerdings brauchen wir das Ding für etwas anderes. Nämlich müssen wir uns hier vorne erstmal auf die andere Seite von diesem Lift begeben. Oh, dann warten wir, dass er wieder zurückfährt. Wupp, springen wir von dem Ding ab und stellen uns hier vorne einmal in Position auf. Des Weiteren müssen wir uns übrigens in diese schöne Ballform hier bringen und was jetzt passiert, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. BAM! Spinball-Blizzards! Ja, dieses Ding hier fungiert als Flipper-Automat und schleudert uns in die Eiskugeln da vorne rein. Na, Eisblöcke, nicht Eiskugeln. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit, diese Eisblöcke zu zerstören. Leider ist es nicht möglich, die einfach so mit Stampfattacken oder mit Raketenangriffen oder sonstigen Schneebellen oder sonst was zu zerstören. Also wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen für den anderen Eisblock. Ja, natürlich haben wir es wieder nicht geschafft, hier vor dem Flipper-Automaten anzukommen, aber gut. So, wieder in Position als Ball aufstellen und BAM! Eine violette Energiezeit haben wir auch schon, die andere können wir später sammeln, wenn wir irgendein Tier haben, mit dem wir da besser drankommen, wie zum Beispiel den Pinguinkönig. Ja, dann wieder hier vorne auf den Flipper-Automaten, der kann uns dann nämlich wieder als Lift mit zurücknehmen. So, komm. Bring uns zum Licht oder so ähnlich, lieber Lift. Ich will wieder den Pinguinkönig haben oder im besten Fall noch den Husky. WAMS! Ja, wir können uns natürlich auch in die andere Richtung katapultieren lassen. So, wo ist er denn? Da vorne liegt unser Pinguinkönig. Den brauchen wir nämlich zur besseren Bewegung hier in diesem Level. Den brauchen wir für viele Stellen. Ja, wie schon bereits erwähnt, dieser Pinguin hat eine Düse im Arsch. Ich liebe diese Fähigkeit. Ja, damit können wir so ein bisschen fliegen für eine ganze Weile und die lehrt sich auch sehr schnell wieder auf. Wir sehen unten den blauen Balken. Wenn der einmal leer ist, können wir natürlich nicht weiterfliegen. Genauso wie bei allen anderen Fähigkeiten auch. So, aber erstmal nochmal zurück auf den Husky hier vorne. Denn wir wollen hier vorne noch eben ein paar Sachen erledigen. Diese komischen Eisbälle, Schneebälle, die hier rumstehen, können wir nämlich nur mit den Raketen von dem Husky vernichten. Außerdem müssen wir gucken, dass der Polarbeer, der noch lebt, uns gleich nicht erledigt da vorne. Ja, der würde uns nämlich garantiert angreifen wollen. Die sind verdammt aggressiv gegen Huskys und mit dem Husky gibt es keine Möglichkeit, sich wirklich zur Wehr zu setzen. Wir können zwar schießen, aber wir können nicht ausweichen. Wir können mit dem Husky nicht springen, weshalb wir von jeder Druckwelle getroffen werden. Deswegen ist es auch so unpraktisch, als Husky gegen ihn zu kämpfen. Im Gegensatz zu den Pinguinen, die zwar schwächer sind im Angriff, aber dafür halt sämtlichen Angriffen ausweichen können. Oder halt den Polarbeeren, den anderen Polarbeeren, die sich einfach auf die anderen Polarbeeren stellen können. Ja, so viel dazu. Damit haben wir auch die violetten Energiezellen aus den Schneebellen gesammelt. Und dann brauchen wir den Husky eigentlich nicht mehr. Ja, den katapultieren wir irgendwo in die Umgebung. Und dann können wir jetzt mit unserem düsenbetriebenen Königspinguin hier vorne an diesen Säulen hochfliegen. Eine violette Energiezelle. Und da oben sehen wir auch, das Level geht nur für uns weiter, wenn wir wirklich mit dem Pinguin hochfliegen. Und hier haben wir die erste silberne Note. Davon müssen wir mehrere sammeln in diesem Level. Und hier haben wir den ersten, ähm, ja, von vielen Nebenpinguinen, sag ich mal. Es sind musikalische Pinguine. Und jeder von diesen Pinguinen, die wir finden, gibt uns einen Ton vor. Man sollte diese Viecher möglichst nicht umbringen, denn die brauchen wir noch. Ja, da oben haben wir die nächste silberne Note, haben wir gerade schon gesehen. Und wir wissen auch, wo sich die dritte befindet. Die haben wir schon am Anfang des Levels gesehen. Jetzt gucken wir einmal hier vorne, ob hier noch irgendwo violette Energiezellen sind, damit wir keine übersehen. Aha, sehr schön. Man könnte übrigens auch den Lautsprecher, der da vorne an der Wand hängt, als Plattform benutzen, um nach ganz oben hier vorne zu fliegen. Aber wir müssen sowieso bei der silbernen Plattform hier, also bei der silbernen Note zwischenlanden. Also was soll's. Ja, hier oben drauf befindet sich der nächste Pinguin. Hallo, nächste Pinguin. Diese Tonfolge müssen wir uns auch merken. Da kommen wir aber gleich noch zu, wozu. Aber, ja, ihr braucht es euch natürlich nicht merken. Ich muss es mir merken. Ich muss sie gleich nämlich wiedergeben und sogar in schwierigerer Form wiedergeben. Naja, da kommen wir wie gesagt gleich zu. So, haben wir hier vorne noch violette? Nein, haben wir nicht. Wir wissen auch, dass hier unten sich sowohl noch eine violette Energiezelle befindet, als auch noch ein Pinguin befindet. So, komm, wo ist der Flipautomat? Wämst! Ja, mit dem Königspinguin funktioniert das leider nicht so gut. Das funktioniert nur mit der Kugel. Wups, wups, jetzt wird fast auf ihm gelandet. Bap, bap, bap. Jetzt haben wir schon mal drei Töne. Ja, wie gesagt, der Königspinguin macht nur Schaden, indem er aufgeht und landet. Da macht er ziemlich viel. Also, pass auf, dass ihr nicht aus Versehen auf den Pinguin landet. Denn die sterben sonst recht schnell durch den König. So, dann haben wir die nächsten Violetten und die letzte silberne Note, die wir sammeln müssen. Und natürlich einen weiteren Pinguin, der uns die nächste Note gibt. Hallo, nächster Pinguin. Wunderbar. Ja, ne, hier unten gab's... Doch, da gab's noch eine violette Einzusammeln. So, dann fliegen wir erst mal in der silbernen. Wunderbar, Aufgabe erfüllt. Du hast alle Noten. Yay. Und die nächste violette Energiezelle. So, ja, dann kommen wir jetzt zum witzigen Teil dieses Levels. Der allerdings auch ein bisschen frustrierend sein kann, weil's ein bisschen glitschig ist. Ja, wir gehen jetzt hier vorne in diesen großen Raum. Ja, in diese große Halle in dieser Säule. Und sehen hier ein Keyboard stehen. Sowie den nächsten Pinguin, der uns den nächsten Ton vergibt. Initialisiere Sequenz. Bereit zum Spielen. Aber bevor wir bereit zum Spielen sind, sammeln wir hier unten noch, ach genau, violette Energiezellen. Bing. Ja, da kommen wir gleich zu dem Keyboard. Kommen wir gleich. Ein weiterer Pinguin. Und auch der letzte Pinguin. Bö, 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 bö. Ja, diese Tonfolge müssen wir uns merken für das Keyboard natürlich. Aber bevor wir dazu kommen, was diese Pinguine mit dem Keyboard machen, müssen wir erstmal die Hauptaufgabe mit dem Keyboard erledigen. Nämlich unser Lied zu spielen. Die hat erstmal nichts mit den Pinguinen zu tun. Wir haben gerade schon den ersten Ton gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Taste es ist. Wir müssen einmal eben draufspringen, damit uns das nochmal gezeigt wird. Und da sehen wir irgendwie aus irgendeinem Grund englischen Text. Den hat man schon einmal vergessen zu übersetzen. Schöner Ton. Da stand irgendwas mit Dan spricht mit Ivo. Ich hab jetzt den Text nicht gelesen. Der ist irgendwie nur sehr kurz sichtbar. Am besten pausiert er an der Stelle, wenn ihr den lesen wollt. Ja, und wir sehen, da aktiviert sich eine Plattform dadurch, dass wir den Ton nachgespielt haben. Und jetzt haben wir zwei Tasten nachzuspielen. Ja, ihr seht schon, wo das hinführt. Wir müssen uns merken, schöner Ton, was das Spiel uns vorgibt. Und jedes Mal, wenn wir diese Tonfolge gespielt haben, aktivieren wir hier vorne eine weitere Plattform. Diese Plattform braucht man übrigens so nicht. Sie sind einfach nur da. Der Königspinguin kann auch völlig ohne Plattform zum Ziel hochfliegen mit seinem düsen Antrieb. Oh, gut. Schöner Ton. Finde ich zwar persönlich nicht. Klingt für mich irgendwie ein bisschen schief. Aber gut. Wir spielen trotzdem nach, was uns vorgegeben wird. Und wenn mal, es ist immer eine andere Tonfolge, die hier vorgegeben wird, wenn mal drei Tasten nebeneinander sein sollten, nicht nur zwei Tasten, ja, oder auch wenn zwei Tasten nebeneinander sind, springt möglichst auf jede einzelne Taste. Dieses Spiel glitscht sehr schnell aus, wenn man einfach über die Tasten läuft. Ach, das ist ja gemein da hinten. Denn wenn man einfach, wie wir gerade gesehen haben, über zwei Tasten hin und her läuft, dann passiert es häufiger mal, dass es nicht angenommen wird. Und wenn man über drei Tasten läuft, dann passiert es häufig auch mal, dass er einfach einen falschen Ton annimmt, weil er den zweiten dann zum Beispiel nicht registriert hat. Ach, auf der anderen Seite. Ich glaube es ja nicht. Und die letzte. Zum Glück hat man da sehr viel Zeit für, darüber zu gehen. Ich glaube, unendlich viel Zeit. Hey Ivo, jemand spielt unser Lied. Rekorder aktiviert. Wunderschön, wir haben es geschafft. Aufgabe erfüllt. Du hast das Lied korrekt gespielt. Diese Tasten hier können einen übrigens ziemlich abstoßend finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir da drauf springen, passiert es häufiger mal. Ja, genau, so wie jetzt gerade, dass wir uns einfach zurückstoßen. Ja, so, jetzt können wir hier vorne diesen Rekorder benutzen, um unser eigenes Lied hier drauf zu spielen. Wir hören, die Tasten funktionieren immer noch und die Pinguine haben uns ja ebenfalls eine Tonfolge vorgegeben. Das, was wir hier gespielt haben, war nicht die Tonfolge, die wir mit den Pinguinen gespielt haben. Man kann diesen Rekorder auch einfach nur so zum Spaß benutzen, um irgendwelchen Unsinn aufzunehmen, aber das werden wir jetzt mal nicht machen. Wir haben auch so genug zu tun hier mit dem Ding. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal rausfinden, welches überhaupt die richtige Tonfolge genau ist. Wir haben zwar das Lied, aber deswegen wissen wir trotzdem nicht genau, welche Tasten wir hier drücken müssen. Also, das klingt aber schon ganz gut. Ja, es scheint richtig zu sein. Und ja, wunderschön. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was wir gleich drücken müssen. Mal gucken, war das jetzt schon richtig gerade? Ne, 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 der Anfang war komplett falsch. Äh, erstmal wieder löschen, wieder löschen. Mit dem X kann man die Aufnahme wieder löschen. Und dann gehen wir wieder auf den Aufnahme-Button. So, dann nochmal an das Keyboard ran. Äh, dann, 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 so, welcher ist jetzt dann? Ich glaube, der ganz obere. Dann, ja, wunderbar. Jetzt der ganz untere, wenn ich mich recht erinnere. Ah, dann, und dann, dann, ist zum Glück einfach. So, und das spielen wir jetzt ab. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. Jawohl, war richtig. Wunderschön. Und jetzt sehen wir, hier sind die sechs Pinguine, die uns das Lied beigebracht haben, in Anführungsstrichen. Und die spielen das Lied jetzt für uns nach. Bap, 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 bap. Und rufen die merkwürdigste Szene hervor, die wahrscheinlich in diesem Spiel als Zwischensequenz in den Leveln existiert. Wir rufen nämlich mit diesen sechs Pinguinen hier jetzt aus dem weiten Weltraum ein UFO an. Okay, in dem ein Pinguin sitzt. Wunderschön. Ja, und wie könnte es anders sein? Dieser Pinguin hinterlässt uns natürlich die Trophäe dieses Levels. Eine goldene Note. Das passt eigentlich sehr gut hier ins Level rein, nachdem wir die silberne Noten sammeln müssen. Ja, wunderschön, wunderschön. Diese Sequenz hier dauert eine ganze Weile. Ihr könnt jetzt aufhören zu singen, Pinguine, die Note ist schon da. Wunderschön, dankeschön. So, ja, jetzt müssen wir natürlich mit unserem Königspinguin wieder nach da oben hinfliegen und die goldene Trophäe einsammeln. Und jetzt brauchen wir die sechs Pinguine da oben auch nicht mehr. Wunderbar, wunderbar. Was meint ihr, wie lange es gedauert hat, bis ich dieses Rätsel hier in diesem Level mal gelöst habe? Es ist wirklich, ähm, ja, nicht sonderlich leicht rauszufinden, wie man diesen Rekorder denn richtig benutzt. Besonders, wenn gerade mal wieder nicht angezeigt wird, was man denn aufgenommen hat. Ich meine, ab und an tauchen da schon mal Noten über dem Rekorder auf, die einem eigentlich genau anzeigen sollten, was man gerade aufgenommen hat. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert hier gerade. Es funktioniert häufiger mal nicht, habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt brauchen wir irgendwo eine Stelle, die hoch genug ist, damit wir mit dem Pinguine überhaupt da hochfliegen können. Ich glaube, hier vorne sollten wir eigentlich schon genug Höhe haben. So, also. Äh, ab nach oben. Ja, jawoll. Puh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Ähm, so. Was ist die nächstbeste Plattform? Ich glaube, können wir da einfach so hochfliegen? Oh, wir können auch einfach so hochfliegen. Wunderbar. So, und hier haben wir die Trophäe dieses Levels. Wir können übrigens, wenn wir jetzt wollen, die Pinguine auch erledigen. Und wir können von hier auch aus sehr weit in die Luft fliegen, aber das Level entleert sich nicht. So, liebe Pinguine, ihr seid jetzt unsere Armee. Oh, da war gerade wieder ein Bildfehler. Äh, wenn ihr was verpasst habt, wir haben gerade einen Pinguin die Seite runtergestoßen. Die Seite dieses schönen Berges runtergestoßen. Und er ist mit seinem Fallschirm runtergeflogen. Und, ja, das war eigentlich alles. Ja, dann können wir jetzt, da wir alle violetten Energiezellen haben. Und, da wir die Trophäe haben, mit dem König Spinguin in den Ausgangsteleporter fliegen. Düng. Ja, jede von diesen Plattformen hier spielt auch nochmal jeweils einen Ton für uns. Auch wenn das eigentlich völlig nutzlos ist. Es bringt uns überhaupt nichts, dass die uns nochmal Töne spielen. Aber gut, es ist halt eine Tonleiter, die uns hochbringt zum Ausgang. Ha, eine Tonleiter. Die Witze werden immer schlimmer. Und ja, wie gesagt, eigentlich braucht man diese Plattform überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wozu die gut sein sollen. Dann verlassen wir mal das Level. Das war Pinball Blizzard. Meine Lieblingsmission in diesem Spiel. Ja, applaudier uns, Dan. Wir haben die beste Mission meiner Meinung nach dieses Spiels gerade hinter uns gebracht. Schade aber auch. Die nächste Mission wird dann hoppelnder Chubber sein. Ach, das ist eine sehr schmerzhafte Mission. Da werden wir viel zu kämpfen haben. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Okay, also, bis zum nächsten Mal, wenn wir in den Krieg ziehen. See ya!